Das ist es! Das beste Spiel überhaupt! Ja, das will ich erst sehen. Naja, weiß nicht. Scheint mir irgendwie einfach. Glaub mir, das sieht nur bei mir so einfach aus. Na, ich bin mir sicher, es ist wirklich einfach. Hey, wie gesagt, vielleicht sieht es einfach aus, aber glaub mir, es braucht monatelange Übung. Spiel doch lieber ein echtes Spiel und gewinnt echte Preise. Pff, das mach ich. Cara, hör nicht auf ihn. Das Spiel ist... ...betrug. Na, fein. Viel Spaß beim Verlieren, Cara. Echt? Der Ball muss nur durch den Ring? Ja. Ha! Einfach. Dir zeig ich's. Haha! Ja! Oh! Oh! Na? Na? Heute erforschen wir den prächtigen Lebensschutz am Tonassboden. Hahaha! Was geht bei dir? Äh! Was isst du da? Ha? Ha? Schweine schwarzen. Hey! Nur die stärksten und die schlausten Tiere überleben von einem Tag zum nächsten. Langweilig! Lass doch mal umschalten! Knallt voll auf die Matte! Sie wird gerade angezählt. Die Viper muss sich erstmal erholen. Aber w-w-wahrt sie! Was ist das? Was für ein Angriff! Jedes Tier beginnt seine Reise durchs Leben als ein sehr verbotbares Baby. Sehen wir uns dieses kleine Kerlchen an. Ist der nicht entzückt? Hm. Wohan? Hammerangriff! Das könnte das Ende gewesen sein! Das könnte es gewesen sein! Oh! Aber warte sie! Die Weile bemerkt sich hier auf etwas. Haben Sie das gesehen? Ratet, wer Mamas Auto für die Woche hat. Wow! Du kriegst doch das Auto! Ich dachte, du kriegst es nie wieder nach dem, was mit Gigantica passiert ist. Ich habe alle meine Ersparnisse für die Reparatur ausgegeben und versprochen, dass es keinen einzigen Kratzer kriegen wird. Also, ich bin wieder in der Spur. Super! Danke, Jess! Kein Problem. Zusammenfahren ist gut für die Umwelt und... Was? Was machst du da? Welcher Knopf ist für den Wurfhaken? Babs, es ist nur ein Auto. Was? Kein Wurfhaken eingebaut? Komm schon, Jess! Das ist das Wichtigste in so einem Auto! Ich habe Wurfhaken an mein Fahrrad gebaut, als ich fünf warf! Fünf, Jess! Bitte, spiel nicht weiter an den Knöpfen. Hey, Alter, was geht? Bruder, der Hotdog-Stein im Mittag ist zu. Macht mich kaputt. Hast du Lust auf ein bisschen Verbrechensbekämpfung? Ich glaube, ich habe meinen Ring verloren. Laternenumzug dieses Wochenende. Wo bist du, Kumpel? Da bist du ja! Lass sie gehen! Ich mache das, Superman! Superman? Oh! Du bist... Umhauen! Brazer Moshpit-Bro! Ein Moshpit-Kreis! Kein Dämonen-Kreis! Suchst, Tümmung! Meine erste Umhauung bereitet mir wirklich sehr viel Freude. Den hab ich. Junge, guck, was ich für einen grünen Stein gefunden habe. Wie schön er glitzert. Tu das weg. Superman? Nein. Superman. Das hier rechts abbiegen. Jetzt geradeaus. Du kannst dich nicht auf so eine unterlegene Technologie verlassen, Jessica. Jetzt nach 15 Schritten Richtung Süden. Was? Diana, ich... Beeindruckende Fahrfertigkeiten. Hast du jemals überlegt, an einem Wagenrennen teilzunehmen? Und stopp. Ciao, viel besser. Bis morgen, Jessica. Ich bin packard. Ah! Ich bin packard. Ich bin packard. Ich bin packard. Jetzt muss ich mir packard. Ich weiß das nicht, das ist das, ich bin packard. Aber ich kann das nicht aus. Oh, ich bin packard.